so liebe leute jetzt sind wir mal wieder da und heute mit einem weiteren part der binding auf isaac dann wieder normal und nehmen isaac weil wir niemanden anderen frei okay haben doch andere freigeschalten select einfach und mit der maus thema nach draußen ja mit wst geht man schon vergessen schon so lange nicht aufgenommen und verdammt und ich habe mir für heute ein team vorgenommen was ich so ein bisschen bequatschen wird weil ich einfach mal so drüber reden wollte und das war dieser skandal sage ich jetzt mal bei danny bernisch was er zu leute einfach ohne grund beleidigt hat und eigentlich was ich so mitbekommen habe als einziger aufgefallen ist dass die ahornhände als etwas dagegen gemacht hat also ein video darüber gemacht hat um das hinterstört und dass er das schlecht findet und ja ich finde es einfach extrem geil von der ahornhände dass er das gemacht hat und natürlich auch von denn die bernisch weil er hat sich nämlich schon entschuldigt dafür und in seinem neues video natürlich auch extrem nett und alles und ja aber jetzt mal ein bisschen zu dem video von der ahornente in seinem video hat er gesagt dass er das schon unter mobbing einschließt sozusagen aber ich finde das ist jetzt ein bisschen zu hart eingereiht als mobbing zu bezeichnen denn mobbing ist ja eigentlich so eine sache dass man einen menschen persönlich beleidigt beschimpft ja und er hat ja eigentlich keine person persönlich angesprochen sondern ich nur so den ja wie soll ich das jetzt sagen einfach nur so den namen oder die spielweise von dieser person eben und verdammt bin ich kacke gerade ja wo ich eigentlich hinaus möchte ich wollte einfach nur mal so drüber reden weil ich finde das ist schon ein bisschen wichtig da so also darüber zu reden reden sollte auch gedärmt sein ähm und ja ich will jetzt nicht wirklich aufmerksamkeit erregen oder so nur ich jetzt wenn ich das so sagen kann und ein skandal zwischen youtuber ist ähm das ich wollte es einfach nur mal so sagen darüber reden dass ich das nicht mehr vom herzen tragen muss äh ja eigentlich das ist das hauptthema was ich eigentlich heute reden möchte ähm Entschuldigung ähm ja was Kromer denn noch so zu diesen Tamer sagen ähm also wer denn in bernisch videos nicht kennt was verdammt ich bin gestorben das macht ja nichts wer das nicht kennt und warum auch nicht so darauf reagiert hat ähm äh er hat somit begonnen dass er in eine lobby gekommen ist und einfach mal gefragt hat ob irgendein deutscher da ist ihn hört und der was halt eben geantwortet hat war eben das sogenannte opfer jetzt nicht so nehmen das beleidigungen opfer sondern als ja ihr wisst schon was ich meine und ja dann ist halt in die lobby gekommen und hat halt gefragt ob ein deutscher da ist der was hat ganz geantwortet hat ist halt der was verarscht worden ist sozusagen und und das ist eben das was ich ähm schon mal was ich persönlich kacke finde weil wenn man schon so ist dass man wenigstens dass man antwortet auf die was einfach so in der lobby sind und dass man die dann auch noch so verarscht und er hat halt riesen kunst zu provozieren und ja er hat halt seine kunst dazu verwendet um also diese videos auf youtube zu machen und seine videos was eigentlich so am anfang gemacht hat fand ich extrem geil und dadurch hat auch mein abo bekommen und und ja und dadurch bin ich eigentlich auch auf ihn aufmerksam geworden wenn ich das so sagen kann ähm und ja zwischenboss und jetzt komme ich schon wieder vom thema ab jetzt habe ich schon wieder den faden verloren ah wo war ich denn ähm ja er hat eben also einen aus der lobby einfach rausgenommen der was ihn geantwortet hat und auf den hat er dann eben auf seiner kd und alles so rum gehackt dass er so scheiße sei und dass er äh nicht alleine wäre dass er ein camper sei er soll mehr rushen und den ganzen kack was man halt eben so auf youtube ah nicht youtube sage ich ähm so in cod hört und so von die was so pro gamer sind und ja das finde ich persönlich jetzt auch nicht ich finde das extrem scheiße war von ihm aber wie schon gesagt er hat sich dafür entschuldigt das finde ich total korrekt und als einzige wirklich was ich mitbekommen habe wie ich schon gesagt habe war eigentlich dass das ahornhente darauf aufmerksam gemacht hat und das finde ich halt einfach nur extrem geil und daran wollte ich einfach nur ihn auch so erwähnen und ja verlinken werde ich sie natürlich auch in der video beschreibung damit das wenn ich schon über sie rede dass sie wenigstens etwas davon haben sozusagen obwohl naja ihr wisst schon was ich meine und ja ich nehme schon wieder sieben minuten lang auf ich habe natürlich schon lange nichts mehr aufgenommen und nichts hochgeladen weil ich als eine woche lang schon krank war und dadurch nicht aufgenommen habe und einfach zu viel stress in der schule gehabt habe aber jetzt ist es ja egal jetzt habe ich ja wieder ein video und kann jetzt auch wieder regelmäßig ja auch aufnehmen und ja also jetzt hätte ich mal gesagt das hätte ich mal mit dem thema abgeschlossen das wollte ich hiermit nur eigentlich mal so in den raum werfen und jetzt kommen wir mal einfach so weit wie wir hier sind in diesen let's play und ja ich glaube wir kommen nicht sehr weit weil ich habe bei einer weiß ich schon lange nicht mehr gespielt also wie schon gesagt ich war krank und hab keinen bock gehabt und seit dem letzten Part habe ich bei einer weiß ich gar nicht mal angerührt sozusagen und ja schon wieder so ein langweiliger Boss der war es nur blöde Fliegen gespawnt und einfach viel zu viel Leben hat ja über was könnte man denn noch so reden das war eigentlich das Hauptthema was ich mir vorgenommen habe aber ja das war jetzt irgendwie so schnell fertig dass ich keine Ahnung mehr habe was ich eigentlich noch reden könnte inspirieren von mir Inspiration gleich null und ja und bei so einem Boss kann man ja auch nicht wirklich sehr viel labern über das Spiel oder so weil er einfach nur langweilig ist und ich bin gestorben ja äh ich habe jetzt für das erste Mal keine Lust mehr auf The Binding of Isaac weil ich jetzt schon dreimal verreckt bin aber das macht nichts zur Sache damit habe ich würde ich mich mal verabschieden und sage mal Ciao Zen dann 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 Vielen Dank.